In diesem Mod-Vorstellungsvideo möchte ich euch ein schickes Paket an verschiedensten Objekten für Die Sims 4 vorstellen, welches von Illogical Simmer erstellt wurde. Wenn ihr einen modernen Stil von Objekten in Die Sims 4 gerne mögt, solltet ihr euch unbedingt das Modern-Houseware-Objekte-Set genauer ansehen. Dieses beinhaltet insgesamt 38 verschiedene Objekte, von denen fast alle von Grund auf neu erstellt wurden. Viele Objekte haben kleinere Details, wie hier die Bücher im Beistelltisch oder diese Herdplatte, welche man ebenfalls auf anderen Theken platzieren kann. Insgesamt ist in diesem Custom-Content-Pack diese 14 Oberflächen, fünf Sitzmöbel, ein bearbeitetes Bett aus Großstadtleben, neun verschiedene Objekte für die Küche, sechs Deko-Objekte und zwei Deckenbeleuchtungen enthalten. Besonders gut gefällt mir hier, dass alle Objekte dem Stil von Die Sims 4 genau folgen und sich sogar für alle Objekte kleine Beschreibungstexte ausgedacht wurden. Wenn ihr euch das Paket herunterladen wollt, schaut in der Beschreibung vorbei. Wie gefallen euch die Objekte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video!